Ich liebe das Feuer, das so stark in mir brennt, ich liebe dein Wasser, das mir kühlt und schenkt. Ist die Erde, die mich auf dem Boden hängt, für den Wind, der mich lenkt. Ich liebe das Feuer, das so stark in mir brennt, ich liebe dein Wasser, das mir kühlt und schenkt. Die letzten beiden Proben vor, Torbund, ich rede das Pico-Fone-Folgen, die ich so höre. Ich weiß, dann geht ab. Weiß Pico-Löchen, ne? Ja, 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 sowas will ich nicht. Geil. Ja, ansonsten, Timing, finde ich, ist cool. Das ist der letzte Tag, morgen geht es nach Torbund und es ist 11 Uhr. Ey, und wenn wir ab... Oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ich glaube nicht, dass das, was du mir sagst, was bringt, wirft die alten Pläne auf den Null. Ich bin vielleicht nicht der Mensch, von dem du wolltest, der ich bin. Doch ich mach endlich das, was ich will. Na, das gleiche wird. Ja, Mann, ey. An sich, Dennis' Meinung, der ist heute zum ersten Mal alles hört, sagt, ist geil. Und es fühlt sich auch so an. Traum. Jo. Jo, wir packen ein. In 8 Stunden mit Abfahrt oder in 7. Und da geht's nach Torbund. Ich bin voll durch. Aber ich liebe euch und es wird geil. Es wird geil, wir haben für euch gearbeitet. Machen wir es geil. Herzlich willkommen zum ersten Solo-Geek-Tag. Es ist 20 vor 8. Viel zu früh. Aber wir kriegen es hin. Wir fahren jetzt zum Omar Ruhes nach Dortmund. Und ey, es geht ab. Ich glaube, 140 Karten sind jetzt weg. Ich glaube, 150 bis 180 passen rein. Ich weiß gar nicht mehr. Mal gucken. Ich glaube, es wird richtig geil. So, wir sind so 2 Stunden vor Venue. Unser Gepäck ist schon da. Ja, ich freue mich. Ich habe gerade in den ersten Mix gehört. Es klingt bomb. Es ist was ganz anderes. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Aber wie gesagt, alles ein bisschen noch kaputt von gestern. Lange Probe gehabt. Aber ich glaube, die Arbeit hat sich nicht lohnt. Okay, schreibt in die Kommentare. Wenn euch der Song gefallen hat, A, B, C, dann wird er ausproduziert. Und ich starte eine Solo-Karriere. Hm, ist das was? Yo. Ich bin ich, du bist du, die sind die und wir sind wir. Belass es doch dabei, denn nichts anderes passt zu dir. So, so. Wir sind angekommen. Oma Doris. Laden ist richtig geil. Schaut richtig nice aus. Ich fack mal rüber. Ich bin nicht. Egal, es geht noch. Aber ey, ich freue mich richtig drauf. Nette Leute. Wir haben einen super Empfang. Jetzt heißt es Laden. Das ist was für die Muckis machen. Und dann sind wir ready. Heute glaubst du nicht? Ja. Wenn wir die Anlage einschalten, dann geht es bestimmt. Okay, okay, okay. Also war gut. Wir sind alle ein bisschen durch. Und wir jetzt auch nochmal so die letzte Probe gemacht haben, mehr oder minder. Aber es war fett. Ich glaube, der Laden wird ein bisschen beben. Unser Management hat gekündigt, gerade. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Hallo. Jetzt einlass, Freunde. Ich verstecke euch nicht. Und wir gehen mal bis in den Club. Schönen guten Morgen. Wunderbaren Abend. Dein Funke alleine hält mich auf den Beinen. Die mache ich mit. Ich zeige mich jetzt auf. Ich nehme mich ein. Ich erinnere gerne daran zurück, als ich dieser Mann in einer Garage in München gefunden hat. Und jetzt ist unser erster Ausflug auf der Laden. Daumen und geht ein. Ja, Mann. Lass es Spaß haben. Wirklich. Es geht Spaß haben. So scheiß ich dir Fehler. Ich liebe das Feuer, das so stark in dir brennt. Ich liebe dein Wasser, das mir Abkühlung schenkt. Du bist die Erde, die mich auf dem Boden hängt. Für den Wind, der mich schlägt. Ich liebe das Feuer, das so stark in dir brennt. Ich liebe dein Feuer. Ich liebe dein Wasser, das mir Abkühlung schenkt. Ich brauch das Wasser. Du bist die Erde, die mich auf dem Boden hängt. Der Wind, der mich fängt. Mein fünftes Element. Mein fünftes Element. Du Marve. Du Marve. Du Marve. Komm, wir feiern uns. Mit jedem Wippern schlag. Komm, wir feiern unsere Feder. Du und dich und ein Park jeder. Komm, wir nutzen diese Zeit. Wir uns noch im Leben rein. Wundervoll. Das war geil. Die Location war super. Die Leute waren super. Haben jeden Song mitgesungen. Ich bin überwältigt. Es kann... Ich weiß, vielleicht kann es noch geiler werden, aber es ist schon fett. Deswegen, ey. Next Top Erfurt. Ich bin überwältigt. Vielen Dank.